BITCHES Erlaubt das deine Eltern nicht? Nee Slashrack, okay, 9999, okay Bist du bereit? Nö Warte, ich muss Shader anmachen Gut Ich werde es angeben Äh, äh, blue place, ja, okay, nice Du bist bereit? Nee Nee? Okay Ich fang einfach an, okay? Ja Bist du bereit? Drei Zwei Bist du richtig aufgeregt? Okay Drei, zwei, nö Nö, nö, nö Nö Okay, drei, zwei, eins Hallo Leute Oh, herzlich willkommen zur 10.000 Das war richtig gut Zum 10.000 Swin von mir in Highland Secret mit dabei ist der originale Captain Ja Ja, okay, das Guckt hier klar Rente man in der Arena? Ähm, bitte Rente man in der Arena, wenn man hier brennt Ja, tut man Echt geil Gut Ja, das ist... Ja, richtig smart WACKED! Eine Woche lang. Ja, und jetzt hat er gequittet leider. Warum hast du gequittet? Erzählst du mal. Weil ich kann. Außerdem hört sich gequittet zu scheiße an. Das hört sich so an wie bei den ganzen Leuten, die einfach aufhört sind. Ja, ist echt so. Okay, du hast sagen wir aufgehört. Einfach zu spielen. Aber ich wundere jetzt echt, dass ich nicht gewand. Ja, seine Accounts hab ich alle weitergegeben. Deswegen... Ja, ich hab übrigens auch einen XI-Captain. Also wenn ihr den seht, das bin wahrscheinlich ich. Ja, weil du auch so oft drauf bist. Naja, ich spiel jeden Tag 20 Runden damit auf jeden Fall. Nein, natürlich nicht, aber... Boah, ich spiel zwei Kills. Oha. Wie lange hast du nicht gespielt? Eine Woche, zwei Wochen? Zwei. Zwei Wochen. Wow. Und wie ist das so ohne PC? Ist geil, ne? Ja, wie geil. So, oh, hier ist ein Bücherregal. Stirb. Ah, nice. Also irgendwie mal gibt das 6-5-5-Kart irgendwas. Wenn ich jetzt merke es so als du... Pfff, dann weine ich. Dann weine ich ganz doll. Ah, ich kann ja einfach nicht typen. Oh man. Also eine Mikrofon-Quali ist übrigens nicht so die geilste. Geil. Und du lagst ein bisschen. Leute, okay, ich lagge. What the fuck. Hm. Hm. Gibt den Jirik noch neun le... No. Ist so. Ist so. Necky Connect Actions hat er 6-5-Packets. Der Typ stark und ich die ganze Zeit Hero-Plates. So. Noch 5 Haider. Noch 4 Haider. Noch 3 Haider. Noch 3 Haider. Das schaffen wir wohl. Ja, jetzt. Ich hatte mehr Kits als du würdest sowas jetzt schon. Ja, ja. Dann bin ich so einig. Das wäre echt richtig witzig eigentlich. Ich bin übrigens mit dem Voodoo Place Shader. Weil... Genau, der hat... Der hat irgendwie was. Finde ich. Vor allem in Heiden Sieg finde ich sonst auch relativ langweilig zu spielen. Und ich hab noch einen. Nice. Ja. Jetzt noch einer. Hm. Den hab ich eh übersehen. Ja, wahrscheinlich. Du bist auch schlecht. Bin ich auch. Sein Spaß. Ja, hast du das. Du hast 100k, ne? Oder? Ja, 140k. Ja, bitte. 43k, das muss man sagen. Ja, ist echt so. Ich spiele XY Captain auch noch hoch, hab ich gehört. Vielleicht. Hab ich Bock ab. Ah, Hell's X übelst das Scheißspiel. Und... Oh mein Gott. Oh. Scheiße. Richtig das Biest. So, jetzt hier Staff Records. 10.000 Wins. Leute, ich bin auf. Ciao. Nein, Spaß. Okay, ähm. Ich würde sagen, ich kann jetzt nicht noch eine Runde spielen. Deswegen war es das gewesen. Und du weißt ja. Du kennst das Spiel, ne? Ach, warte mal. Der Hashtag hat ja. Was hab ich nochmal vorgeschrieben. Ja, du musst den Hashtag... Ah, ja. Ich liebe dich. So. Hashtag Rest in Piss. Weil der gute Captain ja... Made my day. Ich mein Spiel, ja. Made auf jeden Fall. Made sein Day wahrscheinlich. Was lauf ich für'n Scheiß. Auf jeden Fall. Hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Mir jetzt auf jeden Fall gefallen. Ich wusste nie wieder dieses Dreckspiel spielen. Das ist einfach grausabend. Ich hasse es so sehr. Ist echt so scheiß Blöcke. Ist so ne richtig... Achso, ein Pludgeat Aids. Muss ich nochmal sagen. Okay. Pludgeat Aids. Gut zu wissen. Auf jeden Fall. Hoffe ich, dass euch das Video soweit gefallen hat. Wenn ja, dann schaut am besten nicht beim Captain vorbei, weil der spielt eh nicht mehr. Deswegen auch Rest in Piss. Ähm. Ich überlege, dass ich euch den Kanal trotzdem verlinken. Ja, Beste Evolution ist mein Kanal. Ja, ja. Beste Evolution. Ah, bitte Dislike. Alle Beste Evolution. Das ist auch noch meine Bitte. Einfach Dislike. Okay. Am besten seit tausend zu hören. Ah, das wäre so mies. Naja, auf jeden Fall. Hoffe ich, dass euch das Video soweit gefallen hat. Das habe ich schon zum dritten Mal gesagt. Aber ist auch scheißegal. Ähm. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns nie wieder bei einer Runde Heidensieg. Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein und ciao. Buddy, disconnected from your channel. Na, okay, Leute. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und nicht das Hashtag Wrestling. Bis vergessen. Buddy, join your channel. Und dann, tsch, 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 einfach wieder rein, wenn ich gerade fertig bin. Sag jetzt noch tschüss. Nö. Einfach nö. Richtig asozial. Ja, wow. Komm, jetzt musst du es nochmal richtig sagen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, meine kleinen Leute. Auch bald. Ja, wie viele. Bis zum nächsten Mal.